Vier Billionen. So viele Pommes hat McDonald's seit seiner Eröffnung verkauft. Wenn eine durchschnittliche Fritte 58,9 Millimeter lang ist und man vier Billionen davon aneinander reiht, kommt man auf 235.571.260,3 Kilometer. Das ist 5.889 Mal um den Äquator. Ein McDonald's Drive-Thru fertigt 144 pkw pro Stunde ab. Ein Auto alle 25 Sekunden. Niedrigschwellig, schnell, nicht teuer und kundenfreundlich. Fastfood-Restaurants verkörpern den American Way of Life entlang der Straßen und Highways. Die Karte zeigt es. Es gibt mehr Fastfood-Kettenrestaurants in den USA als Schulen oder Hausärzte. Der nächste bitte. Man lebt weiter als 185 Kilometer vom nächsten McDonald's entfernt.